herzlich willkommen zu unserem first friday unter dem motto sweet home aus der essbaren stadt am rhein heute hybrid gerne für euch da wir hoffen ihr habt es euch zu hause gemütlich gemacht viele einzelhändler haben für euch ihr persönliches kuschel outfit zusammengestellt das sie zeigen möchten inspiration ist angesagt und ihr könnt uns und natürlich auch euren händlern jederzeit post und nachrichten senden wir freuen uns über jede einzelne und wir sind von er auch unsere partner band ist mit am start eine wunderbare musikalische begleitung unseres first friday und dann gibt es noch was zu gewinnen zum beispiel einen bmw i3 für vier tage im wert von 200 euro einfach die gewinnspielkarte ausfüllen und mitmachen glück kann manchmal echt einfach sein und jetzt viel spaß bei unserem first friday und unserer shopping tour durch andernach musik 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 Das war's für heute. 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 Das war's für heute, das war's für heute. Und das war's für heute. Das war's für heute, Das war's für heute, Das war's für heute, Hast du's, Das war's für heute, Because I'm happy, Das war's für heute, Und da, I'm happy, Here, I'm happy, Stay safe, Herzlich, Das war's für heute, Sells up, we'll catch the wind Chasing after the starlight on the horizon Living for the moment and living for the day It takes my breath away We're the one of these dead-like girls Oh, we will turn the world down now Oh, and it takes my breath away Hands up, we touch the sky Flying off and creating Our new lives We were met for something much bigger Bigger and bright It's time to do what's right Oh, we will always stand our ground Oh, we will turn the world down now Oh, and it takes my breath away We will find our way on through the storm We will rise above and stay the course We know this won't last forever The journey's long but we're strong together We have found a way Oh, and it takes my breath away 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 Die Outfits können selbstverständlich auch nach Hause gebracht werden. Denn ab heute ist Ruth für die kommenden vier Wochen wieder voll im Einsatz und führt für uns den Lieferservice durch. Hallo meine lieben Gäste, frisch aus der Kaminstube Merovinger Hof. Ja, ihr wisst ja, ich bin mal wieder in Ferien geschickt worden und wie man sieht, nutze ich die Zeit, alle Fahrt und Weg, nutze mal meinen Kamin und freue mich. Also mir schmeckt natürlich der Rotwein, auch ohne euch ganz gut, natürlich in Gesellschaft viel besser, aber ganz ehrlich, so langweile ich mich doch schon fast. Wäre schon schön, wenn sie mich wieder gebrauchen könnten, meine lieben Einzelhändler. Mal gucken, was so passiert. Ist ja bald First Friday, aber vielleicht brauchen sie mich vorher. Oh! Hallo? Einsatz? Rollende, Ruth, reloaded? Ich komme! Moment! Hier kommt noch sein. Bild- und Untertitelung des ZDF, 2020 Hallo zusammen! Pünktlich zur kalten Jahreszeit möchten wir euch heute nochmal unsere Winterbetten zeigen. Denn es ist richtig kühl draußen geworden, es regnet, man hat zu Hause schon angefangen die Heizung anzumachen. Ihr kennt das sicherlich, ihr habt abends kalte Füße und wünscht euch ins kuschelige Bett zu steigen. Die Frage ist aber, habt ihr ein schönes, warmes, kuscheliges Bett zu Hause? Denn wenn nein, bei uns bekommt ihr es. Das Modell hier, was ich euch gerade gezeigt habe, liegt preislich bei 149 Euro. Der UVP vom Hersteller liegt bei 229 Euro. Das soll euch einfach nochmal eine Idee geben, dass wir immer sehr gute Angebote und Preise für euch da haben. Denn obwohl wir ein Fachgeschäft sind, womit viele Leute assoziieren, wir haben eher hohe Preise, ist es ganz im Gegenteil so, wir haben auch immer sehr gute Angebote für euch da. So, man sieht das auch immer schon schön, wenn man das Bett auspackt, wie leicht das ist und wie schön das dann auch aufgeht, wenn man das zu Hause aufschlägt. Und das jetzt nur so als Beispiel einer meiner Favoriten, ein Bett mit einer reinen Gänsedaune, 100%. Und nochmal als Erinnerung, wie sieht es aus? Das sind so schöne, leichte, fluffige Daunen, die in so einer Decke drin sind für euch. Das geht zum Beispiel los bei einer Füllmenge von 600 Gramm. In einer tollen Decke mit 90% Daunen, 10% Federn. Damit ihr ungefähr eine Vorstellung habt, wie dick so eine Decke ist. Also so schaut die aus. Und das sind jetzt 600 Gramm Füllgewicht. Die kostet bei uns 98 Euro. Die ist im Angebotspreis. Die kostet normalerweise laut Hersteller 139 Euro. Was macht euer Bett zu Hause denn jetzt zu einem schönen, warmen, kuscheligen Bett? Natürlich eine tolle, hochwertige Gänsedaune. Und wer sich erinnern kann, die hatten wir im Sommer schon mal gezeigt. Hier mal für euch, wie das ausschaut. Das sind ganz schöne, flauschige Gänsedaunen. Und durch die eingeschlossene Luft in dieser Daune in eurem Bett wird die Wärme gehalten. Die Luft wird eingeschlossen und dadurch wird das Bett schön warm und flauschig. Und wir haben bei uns in den Daunenbetten, die wir hier für den Winter haben, diese tolle Daune mit drin, in verschiedenen Füllmengen und in verschiedenen Qualitäten. Wir haben ganz viele unterschiedliche Betten im Angebot. Es gibt auch Kamelhaarbetten, es gibt Synthetikbetten. Es gibt für jeden das Richtige, was dabei ist. Ein Lieblingstipp von mir vielleicht noch, was ich auch sehr toll finde für den Winter. Das ist eine Winterdaunendecke mit einer reinen Gänsedaune. 100% Gänsedaune. Ich packe euch die mal aus und zeige euch die. Was ihr aber hier auch nochmal ganz schön seht, wieder auch da ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis. Normalerweise 549 Euro, bei uns für 380 Euro. Das Blummo hier könnte eins sein, was ihr auch als Ganzjahresdecke nutzen könntet. Jetzt gibt es aber auch die, die sind eher eine Frostbeule, die wollen was richtig Warmes haben. Für die haben wir natürlich auch Decken mit mehr Volumen, dass es noch wärmer ist. Und das seht ihr hier jetzt ganz schön im Vergleich zu der anderen Decke, dass hier mehr Volumen drin ist. Das wäre zum Beispiel eine Decke, die noch wärmer halten würde, als das Modell, was ich euch gerade als erstes gezeigt habe. So, und was habt ihr jetzt für eine Decke zu Hause für die kalte Jahreszeit? Vielleicht wird es Zeit, dass ihr mal vorbeikommt. Lasst euch beraten, wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020